so kurzer disclaimer wir befinden uns ja tatsächlich gerade auf so einer art von road to 1k also vielen dank für den supporter auf jeden fall und lasst gerne weiterhin kostenloses abo da wenn euch das gefällt was ich hier auf dem kanal mache wir haben die prozentzahl schon gut runter bekommen hier an zuschauern ohne abo geht natürlich noch ein bisschen mehr und jetzt viel spaß mit dem video was fangen wir mit dem ball an schön endo ist vor allem sehr wichtig dass der mangala dabei ist der jetzt am ball ist mangala läuft 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 schön gonzalez 11 meter was also bruder das ist ein 11 meter aber mal ganz klare geschichte das ist ein 11 meter zeige mir die zähne noch mal also wenn du das nicht pfeifst bruder das ist ein 11 meter er hat den ball und wird einfach nur weggedrängt das ist auch das ist auch noch kein normaler körpereinsatz mehr krass 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 wikost oder kommt gut durch der ball kubel hatten die zähne läuft noch pfosten so jetzt hier da wie mal ein bisschen platz macht die meter schöner ball aufwamen dann geht huka der geht rein abschluss oah ma kerle oah das war ein dickes ding das war ein dickes ding richtig schöner ball von idavi da ist sila schneller einfach läuft von rechts rein und legt ihn knapp am pfosten links vorbei hat er schon mal gemacht hat er schon mal gemacht so ein tor ein scharfer ball von wolfsburg fliegt durch alle durch dann steht weg aus auf einmal hinten einschlag bereit tor für wolfsburg aber zählt nicht jetzt gibt es freistoß für wolfsburg direkt an direkt an der 16er kante und gelb für anton ja doch doch ja doch kann man geben gonzalez ist es glaube ich tatsächlich auch mit dem rücken quasi unten auf dem boden legt damit er nicht damit der ball nicht unten durch gespielt werden kann jetzt prekalo oh bruder und der vfl wolfsburg führt mit 1 zu 0 alter durch eins der hässlichsten tore der letzte des letzten jahres alter gottes willen was eine scheiß trecks bude alter leckt mich am arsch was für ein kaktor schuss oh gott schuss von prekalo der schießt dann soße an von dem aus breiter ans knie von silas und von daraus breiter in die mitte kurbel liegt schon kommt nicht mehr hin 1 0 für wolfsburg alter was für eine hässliche scheiß bude man gottes willen okay silas und koulibaly gehen raus massimo und klimovic kommen okay also mehr oder minder was heißt mehr oder minder es sind positionsgetreue wechsel kann sein dass er die jetzt auch so ein bisschen zum zum schonen runter nimmt schön die davi jetzt klimovic ganz hoch ganz hoch er kriegt ihn durch massimo ah gottes willen was gonzalez macht den nicht gonzalez macht den nicht gonzalez macht den nicht richtig schön durch dann ist da auf einmal massimo sind auf einmal massimo so wie gonzalez komplett frei massimo liegt den ball rüber weiß ich 5 6 meter frei vom tor frei vom keeper und er trifft den ball nicht voll und der ball humpelt rechts neben dem pfosten der muss von da rein aber trifft den ball nicht richtig oh junge das muss das 1 zu 1 sein aber noch ein bisschen mehr chancen klimovic abschluss er trifft den ball auch nicht voll der holpert auch wieder mit 2 kmh zum keeper der trifft den ball nicht voll richtig schön von klimovic abgewartet dann ist massimo oben komplett frei spielten runter und gonzalez steht 7 meter hat das leere tor vor sich und tritt am ball zu halb vorbei gibt es doch nicht der trifft den der trifft den ball nicht richtig und dann kann wolfsburg noch klären der wäre aber ohnehin daneben gegangen das muss halt das 1 zu 1 sein mann aber wer jetzt auch kommt stenzel geht runter kalajic kommt also wieder eine art von all in also kein gonzalez wechsel sondern wirklich wieder wie auch damals wie gegen union kämpf raus sasa rein diesmal halt stenzel raus sasa rein kobe weg damit jungs alter das war jetzt eine dicke chance für wolfsburg ein tohu wa bohu bei uns im sechzehner sondergleichen ganz runter gonzalez schön kalajic abschluss oah der wolfsburger liegt im weg schade das war aber ein schöner laufweg ein schöner pass von von gonzalez schöner laufweg schöner pass und dann liegt halt ein crash der wolfsburger rein oh da war ein bruder der ball geht an die hand die ball geht hier aber gut das war nicht gewollt vom wolfsburger ha 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 geile aktion von matarazzo geile aktion bei magalash schiebten halt leicht weg damit er fällt taktisches faul alles in ordnung matarazzo brüllt rein wenn das ein faul ist dann ist das vorhin auch ein elfmeter wenn das ein faul ist dann ist das auch ein elfmeter hat er recht hat er recht abpfiff spiel es aus ah ja weiß ich nicht weiß ich nicht weiß ich nicht weiß ich nicht ist jetzt nicht unbedingt verdient das TH vorhin melden das dann administration das sind ja isi